Tausend Tode, das ist gefühlt unsere bisherige Devise, seitdem wir dieses diabolische Gebiet des umgedrehten Waldes betreten haben. Das ist ja furchtbar, was hier auf uns lauert. Ich bin schon mehrfach gestorben. Ich hoffe, dass wir zum Folgenbeginn ein bisschen gesegnet sind mit ein bisschen mehr Leben und einen Weg finden, um hier rauszukommen, ihr liebsten Leute. Und damit geht es weiter hier bei Made in ein bisschen Folge 9. Und zwar hier unten, ja, das ist ganz und gar nicht wunderbar. Ich esse mal kurz leckeres. Mal ein gutes Stück schönes Steak essen. Ich muss mal gucken, ob ich mit dem guten Rico gleich mich... nicht Rico, mit Rack. Der guten Rico und der Rack. So, jetzt habe ich wieder die Verwirrung weggetrieben. Das ist ja alles... der Höhenkoller, die Sporen, all das setzt mir zu. Mache ich jetzt mal diesen ganzen Krempel kaputt. Kaputt? Gut. Da töten wir jetzt erstmal alle. Jetzt wird erstmal alles getötet hier. Da kann man hoch, wenn wir es schaffen. Aber das Problem ist, man fällt halt immer. Man fällt, man stürzt, man liegt flach. Aber es scheint der einzige Weg nach oben zu sein. Jetzt setzt es wieder Symptome. Ich muss aber wahrscheinlich erstmal auf der Höhe jetzt mich ausruhen, ne? Bevor ich weiter kann. Geht das weg nach der Zeit? Ja, es geht. Problem ist, jetzt geht es. Gleich wird es wieder zusetzen. Dann kann ich mich aber nirgends irgendwie sichern. Wir merken... Da ist es wieder. Ich kann mich nicht absetzen gerade. Ich muss erst nach oben. Ich spüre schon insgeheim, dass ein Fall drohen könnte. Wobei, wobei, wir haben es gerade, gerade so eben. Das ist ja echt, das ist, äh... Haarscharf, das Ganze. So, das Ding hat uns, glaube ich, gerade getötet gehabt. Das kann Windstöße machen. Ist es das? Ja, ist es. Die Käfer müssen absolut vernichtet werden. Die, die scheuern uns gen Abgrund. Da wollen wir zwar hin, aber nicht im Fall. Das hatte ich ja das letzte Mal auch betont gehabt. Man kommt da ganz schön hin, wenn man einfach nur in der Mitte runterspringt. Man könnte auch oben von Ort, der Hauptstadt, einfach runterspringen. Dann landet man unten. Aber sieht dann halt nicht mehr so schön aus wie vorher. Ein bisschen, ein bisschen, äh... großer Bluterguss am ganzen Körper. Mehr Bluterguss als Körper, würde ich sagen. Und die Knochen sitzen dann auch nicht mehr so ganz dort, wo sie sitzen sollten. Jetzt könnte Rack auch mal helfen, während ich von 50.000 Gegnern attackiert werde. Manchmal frage ich mich auch, was der macht. Der steht da hinten. Bitte war ich jetzt hier. Das ist mir auch ein Leierkasten, der Junge, ey. Unfassbar. Diesmal wohlbedacht die Insekten tilgen. Okay. Ah, ich dachte schon. Ich dachte schon, das war das Finale. Das Große. Aber noch geht's. Kill es. Wir kriegen Hunger. Aber kein Problem, was uns jetzt gerade hier antreibt. so nah, wie das Ziel vor Augen liegt. Ich zeig das nochmal für die, die jetzt gerade hier reingeschautet haben. Da oben ist es. Nicht mehr weit. Wir müssen es jetzt nur rüberschaffen, ohne von irgendeinem Insekt weggepustet zu werden. Und da gibt's gleich noch ein paar Killige. Killige Murderinsekten. Hier oben waren's, ne? Da hat das Ding da. Äh, Reggie! Oh, ich bin schon wieder außer Puste. Es gibt's doch nix. Das kann doch kaum sein. Kann man Reg nicht rufen? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich würde ihn jetzt gerne hier haben. Das ist nämlich immer eine Gefahr, dass wenn der erst zum Schuss kommt, dann flatter ich hier Kilometer weiter in die Tiefe. Da, guck mal. Was macht denn der da? Das ist ja furchtbar. Der dreht sich dabei. Ah, alles klar. Schon tot, okay. Ah, 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 ah! Oh Gott! Das, was ich in der letzten Folge nicht vermögen konnte, würde passieren, wenn ich nicht von, äh, Kolibris hier zerstoßen werde. Nee, nee, das passiert nicht. Ich renne, ich renne, ich renne, ich renne. Das ist ohne Ziel, ne? Warum kann ich da nicht hin? Achso, wegen Ausdauer, ne? Das reicht, reicht da nicht irgendwie, ne? Reg, Moment mal. Ich muss mal kurz, äh, ins Menü gehen. Ich muss mich hier mal kurz sammeln. Das ist, äh, sonst nicht machbar. So. Oh Gott, das ist echt nicht hier, ne? Ach, das ist Miso. Ach, ne, die hab ich ja hier. Okay. Hier mal ein paar Heroi-Früchte. So. Na, endlich. Haben wir's doch mal. Meine Güte. Na, ist das die Expedition der Folge vom Erfolg gekrönt? Setzt natürlich noch was, was Ausdauer anbelangt. Und nun geht's weiter. Ich schau mal auf die Karte. Ihr wisst ja, das ist das primäre Ziel. Seeker Camp. Dort vorne ist der Ort, zu dem wir streben. Aber vorerst müssen wir dort erstmal zum Punkt gelangen. Checkpoint. Charlie sozusagen. Ein Meilenstein, den es zu erreichen gilt. Ist auch da vorne. Ich hab echt bange, dass ich hier nicht irgendwie runterfalle. Wie sieht denn das Siegers Camp aus der Ferne aus? Ach, da oben. Guck mal. Das ist ein schöner Bau. Meine Güte. Das hier unten zu bauen ist auch eine Kunst, oder? Auf 2500 583 Meter Tiefe. Nicht schlecht. Oh. Ja, ja, ja. Der Invio da hinten hat er mich schon gesehen. Noch nicht. Der Vogel. Da ist aber ein Vogel, der seine Patrouille fliegt. Ich muss mich in Acht nehmen. Ich muss mich in Acht nehmen. Hier lang, hier lang. So. Ihr müsst wissen, dass Urzeit-Kreaturen kraftvoll, stark und gefährlich sind. Mit A kann man kriechen. Da wirst du nicht so schnell entdeckt. Das soll man nutzen, um hier weiter zu sneaken. Ja, irgendwie sind wir in eine Sequenz gekommen. Ist das der richtige Weg zum Seeker-Camp? Ja. Ihr sollt uns bald sehen. Ich hab doch gesagt, ich weiß, wo wir hin müssen. Haben wir doch gerade gesehen. Da oben. Schon im Blick begriffen. Schön. Marulk sagt, Meister, Meister. Etwas nähert sich uns. Wir haben hier eine Blue Whistle. Zwei Personen. Ein Red Whistle? Und die andere Person scheint nicht mal ein Höhlenforscher zu sein. Also, Master, soll ich die Gondel vorbereiten? Ähm, Meister, sie... Oh. Ma-Ma-Meister? Ma-Ma-Ma-Master? Ach, komm. Braucht kein Stealth Angriff hier. Ich, äh, schreite da langsam zur Gondel vor. Oh! Da sind mal Riesenklüßen da oben. In Fernrohrform. Kann ich das Ding bewegen? Oder ist das, äh, statisch da festgemacht? Das Camp. Bloß nicht gestochen werden noch. Auf den letzten Metern. So, da wären wir. Wow. Das ist also das Seeker Camp. Wow. Es ist echt ziemlich weit oben. Hm. Das Bratz lebt also noch. Ein White Whistle. Ist das besagte Person, vor der wir gewarnt wurden? Oh, sie ist ja gigantisch. Ha! Ein richtiges, ein richtiger Baumstamm hier. Wette, die ist über zwei Meter groß. Und diese Haare, wie macht es das, dass die so stramm stehen und so eine Frisur bilden? Darüber hinaus, da ist doch eine White Whistle. Diese Frau, das muss die White Whistle, die unbewegliche, souveräne, Ozen, die immobile, unbewegliche. ähm, 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 ich, ich bin, hm? Mein Name ist Rico. Ich weiß, du bist das Kind von Liza, nicht wahr? Ähm, Ozen-san, nun lass uns nicht hier stehen und quatschen. Lass uns nach oben gehen. Oh, uff. Rico, ist alles in Ordnung? du bist gut in Ordnung. auch wenn die Symptome hier nicht so stark wirken in dieser Umgebung. Ich denke, für Kinder wie euch sollte es schon ziemlich hart gewesen sein. Ja, bäh. wie schmuddelig. Oh, und der Junge, dem scheint das nichts zu machen. Ja, macht mir nichts. Folgt mir. Ich höre mir eure Geschichten dort gleich an. Puh, wir haben es geschafft. beim Seeker-Camp angekommen, können wir gleich der Souveränin der großen Ozen unsere Worte anvertrauen. Wie cool. Und ich sehe schon was, was mich total antörnt, um das mal so zu sagen. Storage. Oh Gott. Ist es wirklich so weit? Oh, Storage. Ich muss erst mal zum Gästeraum, ne? So, da sind nämlich die ganzen Höhlen Forscher, die hier das Camp erreichen, die sind dort. Da ist nämlich eine kleine Küche, da kann man sich treffen, kann man schnacken und sich zusammensetzen und ihr seht, aha, gar nicht mal so ungemütlich aus. Wobei, natürlich, Ozen ist gigantisch, entsprechend ist alles ein bisschen größer. Ich spreche jetzt mal mit der guten kleinen Dame hier. Marulxac, Willkommen hier im Seeker Camp. So, Ozen. Ozen! Ozen! Ähm, vielen lieben Dank, dass sie mich seinerzeit gerettet haben. Hm? Ich habe alles gehört, dass, als ich hier im Abgrund geboren wurde, dass ich in das fluchabwehrende Behältnis gesteckt wurde und dass sie mich gemeinsam mit meiner Mutter nach oben zur Oberfläche gebracht haben. Ah, das meint so, mhm. Ja, das Teil, das Gefäß war ziemlich schwer. Ich dachte unterwegs, die ganze Zeit öfters mal darüber nach, dich einfach da zu lassen. Hm? Hm? Da kommen die ganzen Erinnerungen zurück. Wir mussten sogar die wertvolle Glocke zurücklassen. Hahaha. Hey, du bist eine Red Whistle, nicht wahr? Du dürftest eigentlich gar nicht an so einem Ort reisen. Ähm, nun, wie Sie sehen, meine Mutter hat mich hierher beauftragt und gerufen. Deshalb sind Reg und ich auf dem Weg zum Grund der Unterwelt. Riko. Riko. Ähm, und, äh, sobald ich ein paar Infos über meine Mutter gekriegt hab von ihnen, sind wir sofort auch wieder weg, ja? Also, bitte. Ah, so, so, nanda. So, kimi, ran, koko, niki, nini, 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 ah, ich verstehe, so ist das also. Und, ihr denkt also, dass das Grund genug ist, um hierher zu kommen? Ähm, es tut mir leid. Wo das gesagt ist, bin ich ziemlich interessiert daran, wie eine Red Whistle, wie du es geschafft hast, überhaupt hierher zu kommen. Marulke. Marulke. Ja, Meisterin. Ja, Meisterin. Hör dir genau, zu was diese Kinder sagen. Was? Ich soll das tun? Für Kinder sollte es leichter sein, unter Gleichgesinnten zu sprechen. Es gibt noch einige Dinge, die ich machen muss, müsst ihr wissen. Also, ich spreche morgen mit euch. Bleibt die Nacht hier und ruht euch aus. und bitte versichert mir, dass ihr euch auch richtig schön schrubbt und sauber macht, denn ich kann diesen Kotze-Geruch nicht ertragen, der an euch klebt. in dem Fall gehe ich schon mal vor und warte beim Bad auf euch. Ja, ich werde natürlich baden gehen direkt. Ich möchte frisch und sauber werden. Verstanden. Also los. Also los. Also los. Also los. Ähm, aber mal gucken, mit welcher Form wir loswollen. Ich schau nochmal hier. Ei, 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 ei. Was gibt's denn da? Was gibt's? Wir haben ja hier noch ein paar Sachen. Aber ich will gleich mal kurz zu dem Lager noch gehen. Geht das jetzt? Können wir das schon mal vorher rein? Gleich dann? Wo müssen wir denn da hin? Da lang? Move. Zum Storage. Müssen wir? Alles klar. Das ist also unser Zielort. Ich würde sagen, das machen wir. Seekers Camp. Wir sind da. Beim nächsten Mal geht's weiter an der Stelle. Bis dann, äh, ruhig mich hier nochmal aus. Geht das? So. Das sei gesagt, wir haben's geschafft, bis hierher zu kommen. Ich hab's jetzt nicht geglaubt. Der Weg, der war ja, der war ja massiv und, äh, anstrengend. Aber an der Stelle geht's jetzt nicht mal weiter und ihr dürft jetzt richtig schön sanft einen Kommentar zurücklassen. Ja, das wär schön. Und noch ein Like, das würde mich so unterstützen. Da wär ich sehr dankbar. Und dann abonnieren, wahrscheinlich geschehen, die Glocke aktivieren und das wär ihr größtes Support. Überhaupt, ich danke euch, meine liebsten Leute. Vielen lieben Dank und beim nächsten Mal geht's weiter und bis dahin, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.